Ich habe einen halben Tag einen Container-Klotz gesucht. Das hat alle Träume gegeben. Ich bin der Nicolo. Ich bin die Jasmin. Wir sind KV-Lehrling im dritten Lehrjahr. Bärtschi ist ein global tätiges Logistikunternehmen. Damit wir alle administrativen Aufgaben rund um den weltweiten Transport ausführen können, sind wir auf top ausgebildete Kaufleute angewiesen. Sie stehen tagtäglich in Kontakt mit unseren Kunden und Transportpartnern und repräsentieren unsere Firma, ob am Telefon, per E-Mail oder vor Ort. Das beste Gefühl ist einfach, wenn man einem Kunden weiterhelfen kann und er sich dann ganz herzlich bei dir bedanken. Darum hat die KV-Lehr bei uns eine hohe Stellewert und wir bilden unsere Lernenden zu Spezialisten in der Logistikbranche aus. In deiner dreijährigen Lehre folgst du einem strukturierten und abwechslungsreichen Lehrplan. Du besuchst die überbetrieblichen Kurse bei unserem Partner Spedlog Suisse. Im Lehrbetrieb durchläufst du verschiedene Abteilungen und bist für alle administrativen Aufgaben rund um den Transportauftrag verantwortlich. Ich finde es super, dass ich so viel Abwechslung habe. Mit den verschiedenen Abteilungen, mit den verschiedenen Teams. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. So schaffst du zum Beispiel mit den Disponenten in der Planungsabteilung, erlernst das Erstellen von Transportofferten und wickelst du unsere WIU Global Kundenaufträge von A bis Z ab. Im Global hat es mir gefallen, dass ich selbstständig habe Probleme lösen und weltweit mit Kundenkontakt zu haben. Mir hat es sehr gefallen, in der Abrechnung zu arbeiten, weil wir diese Ziele mit Zahlen zu tun haben und ich das sehr gerne habe. Du eignest dir dabei umfassende Kenntnisse im Umgang mit unseren Kunden an. Bei Batschip wächst du in einem internationalen Umfeld. Darum kannst du sogar deine Fremdsprachenkenntnisse tagtäglich einsetzen. Sometimes Italian, del pronto, vi bar la, French. Bonjour, comment ça va? Est-ce que je peux vous aider? In deiner Ausbildungszeit wirst du durch ein Team von speziell ausgebildeten Praxisbildner und engagierten Berufsbildner begleitet und unterstützt. Unter ihrer Anleitung wirst du neue Aufgaben und Arbeitsabläufe kennen. Und bei frohen und Unklarheiten stehen sie immer zur Seite. Ich habe es mit allen Praxisausbildnern richtig gut gehabt. Sie haben einem immer unterstützt und bei allem geholfen. Durch den bereichsübergreifend und engen Austausch der Ausbildner kannst du auch von den Erfahrungen aus den anderen Lehrbereichen bei Batschip profitieren. Ein Highlight ist auch der jährliche Lehrungsausflug. Du erlebst einen lehrreichen Tag, kannst du dich mit den Lernenden aus den anderen Berufsgruppen austauschen und hast vor allem eines. Viel Spass! Als kaufmännische Fachkraft hast du viele interessante Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Hast du gewusst, dass einige Lernende direkt nach ihrem Abschluss z.B. in der Digitalisierungsabteilung oder als Transportinstrument einen Platz gefunden haben? Auch ein Auslandsaufenthalt in einer Bachelor-Niederlassung ist denkbar. Wenn wir die Schulbank noch nicht ganz kurz hinter dir lassen, dann unterstützen wir dich auch gerne bei einer Weiterbildung, wie z.B. in einem Bachelorstudiengang. Das ist viel mehr als eine klassische KV-Lehrer. Du bist hier im Container auf der ganzen Welt und schaffst internationalen Teams. Hier dabei wirst du unterstützt von jungen und motivierten Praxisbildern. Wir freuen uns auf deine Bewertung. Bewert dich jetzt noch beim Bärtschi!